Was ist das? Ein Pferd, das ich ins Niemandsland verlaufen hatte. Was für ein Pferd? Ein wunderbares Pferd, wenn Sie mich fragen. England steht im Krieg! Wir sind im Krieg! Ich verspreche, auf ihn aufzupassen. Und wenn ich es schaffe, werde ich ihn zurückbringen. Er ist mein Pferd, Sir. Kannst du dir vorstellen, über einen Krieg zu fliegen? In dem Wissen, dass du niemals hinabsehen darfst? Du musst immer nach vorn sehen, sonst kehrst du nie heim. Es ist eine Ehre, an Ihrer Seite zu reiten. Das würde jeden Mann und sein Land stolz machen. Seid mutig! Seid mutig! » remember, ich bin mir auf dem Wissen, ich bin!« »Möre war, wenn er nicht mehr als mein Gott denkt, » »Möre war, wenn ich ihn versuche,« »Möre war, wenn er nicht mehr als mein Gott kommt, » » « »Möre war, wenn er nicht mehr als mein Gott kommt, » » »